Hallo zum neuen Video im neuen Jahr, also dem ersten regulären Video im neuen Jahr, abgesehen von dem 12 Stunden Monster in der letzten Woche. Heute geht es wieder um eine Röhre, und zwar um die russische 6PR20. Ich bedanke mich schon mal direkt bei Arkady für die Übersetzung des Datenblattes. Dieses ist auf der Webseite verlinkt, inklusive einem kurzen Text, um was es geht. Diese Röhre wurde in der Nachkriegszeit entwickelt als Vertikal- und Horizontalablenkung für Fernsehgeräte. Farbe gab es noch nicht. Und diese Röhre hat ein paar Besonderheiten, unter anderem sie wird mit positiver Gitterspannung betrieben und benötigt einen relativ hohen Strom auf den Gittern. Das Problem aber ist, diese Röhre ist sehr stark verbogen. Und ich glaube, oder befürchte, dass dieses Video heute sehr kurz wird, weil die Röhre einfach intern kurzgeschlossen ist. Kommen wir mal zuerst zum Datenblatt. Man sieht in der Demonstration für einen Sägezahngenerator, dass die Ablenkspulen an den Steuergittern montiert sind, also angesteuert werden, und dass somit ein hoher Gitterstrom fließt. Das Ganze ist auch zu entnehmen. Die Röhre hat 6,3 Volt Heizspannung bei 1,8 Ampere. Und die Testbedingungen sind die folgenden. Also Steuergitter 1 bei plus 25 Volt, Steuergitter 2 bei plus 50 Volt, Gitter 3 bei 0 Volt und die Anode bei plus 100 Volt. Hier sollte jetzt fließen auf dem Anodenstrom 10 bis 40 Milliampere. Strom im Gitter 1, 95 Milliampere plus minus 35 und Strom im Gitter 2, 240 Milliampere plus minus 40 Milliampere. Das gäbe ein Gesamtkathodenstrom von ungefähr 335 plus minus 70 Milliampere. Und das ist selbst für die Neuberger zu viel. Das heißt, da müssen wir uns noch etwas anderes anfallen lassen, um die Röhre zu testen. Und man sieht in den Diagrammen, das Ganze wird hauptsächlich im positiven Bereich betrieben. Und die Röhre muss ordentlich schwitzen. Das Datenblatt ist wie gesagt auf der Webseite. Machen wir jetzt mal weiter mit den Bildern. Und hier sieht man schon direkt, dass die Röhre sehr stark verbogen ist. Ob das passiert ist während des Transports oder ob die Röhre schon so ab Werk geliefert wurde, ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, sie wurde schon mehrfach, man sieht hier wie gesagt, dieser Steg von Gitter 3 ist auch schon ordentlich gebogen. Da ist irgendwas passiert. Das erste, was an der Röhre interessant ist, sie hat zwei Kathoden. Das ist noch mal ganz von der Seite. Auch hier sieht man, die Röhre ist Schäpp. Zu den Detailbildern kommen wir aber gleich. Das ist jetzt von der Seite, das ist die Anode. Die Röhre hat sehr viele Kühlfahnen, um die Radiationskühlen, um die Wärme abzuleiten, da da über die Gitter hohe Ströme fließen. Und hier sieht man, diese Röhre hat zwei Kathoden und jede Kathode hat sein eigenes G1. Das ist eine konstruktive Besonderheit dieser Röhre. Nur das G2 und das G3 ist gesamt für beide Kathodensysteme und das G1 ist jeweils getrennt ausgeführt. Man sieht hier auch die großen Fahnen, die Kühlfahnen. Das zweite Steuergitter ist am Kolben ausgeführt. Das ist eine Seitenansicht vom Anschluss für das zweite Steuergitter. Die Röhre ist auch massiv verpackt in zwei Klimascheiben, also zur Stabilisierung. Das hier ist eine Seitenansicht vom dritten Steuergitter, also ganz außen, bis zum zweiten Steuergitter. Und die beiden ersten Steuergitter. Und wie weit noch reinkommen. Auch am Fuß der Röhre sind Kühlfahnen aufgebaut. Auch mit doppelter Klimascheibe. Die Röhre ist 1947 produziert. Das ist die Seite des Getters und die Typenbezeichnung. Hier ist ein Versuch, die leicht verblichene Typenbezeichnung zu fotografieren. Ist produziert, wenn ich das richtig lese, im elften Monat müsste 1947 sein. Hier sieht man noch die 7, ein bisschen schwächer. Und das ist das Ganze jetzt mal mit anderem Hintergrund, dass man das System ein bisschen besser sieht. Weil wie immer ist es in Reflektionen. Das ist wie gesagt die Seite. Ganz außen ist das G3. Das hier ist das G2. Und hier ist das G1. Das wie gesagt zweimal existiert. Und hier wird jeweils einmal für eine Röhre, also für eine Kathode. Diese sind intern parallel geschaltet. Also ein bisschen unscharf. Noch mal eine Detailansicht von der Anode. Ein Tatütata. So. Das ist das sehr, das ist das... Das ist eine Seitenansicht, hier ist das umlaufende dritte Bremsgitter. Hier ist das umlaufende zweite Steuergitter. Und das natürlich nicht, hier ist das, Entschuldigung, das erste Gitter, hier ist das zweite, ist ein bisschen versteckt. Noch mal versucht die Kühlfahnen zu fotografieren. Und das ist die Röhre von oben. Das ist der Oktalfuß. Man sieht auch, dass dies auch schon ein bisschen verbogen ist. Irgendwas ist mit der Röhre passiert. Und dann schauen wir mal nach, ob wir die Röhre getestet bekommen. 15. Januar 2024. Es ist 19 Uhr und 35, knapp 36. Und wir beginnen mit dem Test der 6PA12. Das ist das Teil. Verbogen ohne Ende. Ich habe mich entschieden, jetzt zuerst eine Kurzschlussprüfung zu machen. Und zwar im geheizten Zustand. Weil hier jetzt am ehesten Kurzschlüsse auffallen, weil jetzt alle Elemente durch die Heizung erwärmt werden und die somit ausdehnen. So, erstmal die Röhre rein bekommen. Da die etwas verbogen ist, muss ich ein bisschen mehr Gefühl zeigen. Der Neuberger ist überall auf Null. Und Fokus. Also alle Spannungen sind auf Null gestellt. Außer die Heizspannung, die ist auf 6,3 Volt voreingestellt. Die Röhre benötigt bei 6,3 Volt 1,8 Ampere. Also müsste es beim Starten einen starken Spannungsabfall geben. Die Beschaltung des Neubergers selbst ist wie immer. Messmodus VW Verstärker. XX und 300 mA Strombereich im Amperemeter. Und kommen wir mal zur Beschaltung des Kreuzverteilers. Die Heizung ist auf Stift 2 und 7. Die Kathode ist auf Stift Nummer 8. Das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 5. Da ich wie gesagt den Strom für die normalen Testwerte nicht habe, beschalte ich jetzt die Röhre als in Klammern normale Pentode. Also negative Steuergitter. und positives G2 und 0 Volt auf G3. Das erste Steuergitter ist natürlich negativ. Das Steuergitter 2 ist am Kopf der Röhre. Das ist positiv. Das G3 ist auf Stift Nummer 1. Und wird wie gesagt auf Kathodenpotenzial gelegt. Und was bleibt noch über? Das ist die Annode. Die ist auf Stift Nummer 4. So, damit sollte alles belegt sein. Dann schauen wir mal, ob die Röhre zumindest mal aufheizt. Die Klimmlampe für die Heizung leuchtet. Also zumindest ist ein Kontakt da. Ich habe 6,4 eingestellt. 6,6 ist eigentlich auch egal, weil jetzt eh einiges abfällt. Weil es fließen 1,8 Ampere. Das heißt, wir gehen immer eins höher. Mit Amperemeter brauchen wir natürlich auch. Und wir sehen keinen Abfall. Doch jetzt. Und es heizt nur eine Kathode. Es nervt die Beleuchtung. Und ich habe gerade in dem Moment, wo ich es jetzt brauche, ist die doofe Lampe im Weg. Man sieht, es leuchtet nur eine Kathode. Die zweite Kathode ist dunkel. Die sind Röhren intern parallel geschaltet. Also ist entweder eine durchgebrannt oder es gibt internen Kurzschluss. Machen wir nochmal Licht. Gut. Gucken wir mal auf Kurzschluss. Ich gehe jetzt die Kurzschlussprüfung durch. Und er schlägt schon aus. Das heißt, das Gitter 1 ist schon mal kurz geschlossen. Und damit sind alle weiteren Tests mehr oder weniger schon mal Essig. Weil die Röhre ist kurz geschlossen. Was aufgrund der starken Verbeulungen eigentlich schon auf der Hand lag. Mehr oder weniger. Schade eigentlich. Ich hätte es interessant gefunden, die Röhre jetzt zu testen, mit welchen Gitterspannungen ich einen vernünftigen Wert bekomme. Aber es hat nicht sollen sein. Ja. Dann schließen wir das Video ab. Es ist immer noch der 15. Januar. und ist jetzt 19 Uhr 42 und 43 und 0 Sekunden. Live aus dem Studio 1 der Berliner Union Film. Das war glaube ich was anderes, aber egal. Jo. Wir starten ins neue Jahr mit einer madigen Röhre. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Und bis in die nächste Woche dann hoffentlich mit einer funktionsfähigen Röhre. Also bis dann. Bis dann.